Ja, servus Leute und willkommen zurück hier auf der Nordschleife, nachdem ich jetzt am Wochenende bis gestern selbst am Ring war, zum 24 Stunden Qualifierrennen jetzt dann hier wieder digital unterwegs, heute Niki Ketzberg aka Nils Klinkmüller hier im BMW M4 GT4 und ich muss sagen, ja, das Ding sehen wir ja nicht so häufig auf der Piste, viele mögen den Klang nicht, ich muss aber sagen, ich mag den M4 GT4 tatsächlich recht gerne und in echt, gerade in den offenen GT4 Serien, also jetzt nicht am Ring, wo wir mit Lärmschutz ein bisschen zu campen haben, ist der Karren auch so dermaßen frech laut, aber das fällt auf jeden Fall schon auf. Ja, ich bin jetzt sehr gespannt, was der Nils jetzt hier anstellt, ich denke, ja, was haben wir denn bis jetzt gesehen, wir haben eine 48X gesehen vom Alpin, ich habe auch schon eine McLaren Runde aufgenommen, die solltet ihr noch nicht gesehen haben. Ich überlege mal gerade, da waren wir, glaube ich, im Bereich von einer 46 unterwegs, also wir werden uns, denke ich mal, mit allen GT4 Runden irgendwo zwischen 46 und 49 bewegen, also die Bob scheint gar nicht mal so verkehrt zu sein. Wir werden das aber natürlich auch nochmal im Auge behalten. Der GT4 Klasse, dafür, dass sie zwar nicht so beliebt ist und so gerne benutzt wird, finde ich eigentlich ganz schön, dass die Autos doch, ja, sehr unterschiedliche Charakterzüge dann mitbringen und da, ja, gewisse Stärken und eben auch Schwächen haben. Also da haben wir, also da haben wir, spannend, oh, es reicht, wenn er hier einfach das Gas ein bisschen wegnimmt, okay. Ähm, da haben wir einen Alpin beispielsweise hier, die relativ wenig Leistung dann hat, dann kommt hier der M4 GT4, der wahrscheinlich einfach mal, oh, schöner, kann, der wahrscheinlich einfach mal 70 PS dann mehr auf die Straße bringt, vielleicht sogar noch einen Tacken mehr. Und dann, ja, gibt es ganz unterschiedliche Fahrzeugkonzepte, wir haben den Camaro, der einfach nur einen richtig, richtig dicken Dampfhammer dann hat, sich auch unglaublich geil anhört. Also da freue ich mich jetzt schon auf die Runde, dann da den Camaro zu erleben. Dann haben wir wieder kleine Autos wie Beispiel 2, oh, sah, sah gut aus hier, wenig untersteuern, das, äh, überrascht mich, hätte ich jetzt nicht erwartet hier von dem Auto, ich dachte, das wäre da vielleicht ein bisschen träge an der Stelle. Guck mal hier, was er jetzt hier am, äh, Schwedenkreuz macht, auf 2,67, das ist schon echt viel, ja, muss hier dann aber doch nur eine ganze Ecke verzögern, jetzt hier dritter Gang. Das Gas gegangen, so, und jetzt, äh, runter in die Fuchsröhe. Ja, der KTM, der ja schon fast so ein bisschen Richtung Go-Kart-Feeling geht und natürlich nochmal eine Ecke leichter ist und, vor allen Dingen auch kleiner, deutlich kleiner. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann hier aussieht, auch eher dann natürlich eher wieder ein Auto mit deutlich weniger Leistung, ja, und so ist das, glaube ich, ein ganz cooles Zusammenspiel. Ja, Fehler, 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 hier fährt er ins Untersteuern rein, da verkehrt es jetzt hier, aber trotzdem dann wieder schön ein bisschen über die Hinterachse raus. Ja, dann bekommen wir wieder so Autos wie den McLaren 570S, der ja logischerweise zum Serienauto extrem gedrosselt ist, was die Leistung angeht. Trotzdem hier eine absolute Rakete dann auf den Geraden ist, wie wir das Fahrzeug eben kennen. McLaren GT4 relativ untersteuernd, aber, ja, recht konservativ, was uns, äh, so die Vorgaben im Fahrzeug-Setup schon angeht, was die Grundabstimmung angeht, weil man dort auch recht limitiert ist, was die Einstellmöglichkeiten dann eben angeht. Dafür dann halt eben, äh, Topspeed-mäßig so gut aufgestellt, dass ein, selbst wenn schnellere Autos von hinten kommen, eigentlich so gut wie keiner überholen könnte. Ja, da haben wir dann einfach so eine große, ordentliche Mischung zur Verfügung, um eben das Auto zu fahren, was dann auch persönlich irgendwie ganz gut zu einem passt. Während wir jetzt hier schon in Breitscheid unten sind, am tiefsten Punkt der Strecke, ja, am, äh, letzten Samstag, NLS 3, beziehungsweise dann das erste Qualifier-Rennen, sind wir von Start und Ziel nach dem Start zwei Runden auf der Tribüne an der GP-Strecke geguckt, sind wir losgetigert von der Tribüne aus bis nach hier unten, äh, Breitscheid, wo wir eben waren. Also, da sind wir dann einfach mal die 10 Kilometer eine Strecke entlang gelaufen, 300 Höhenmeter bergab natürlich. Ja, das, äh, macht schon sehr viel Spaß an der Stelle. So, jetzt geht's erstmal wieder ordentlich bergauf, das, äh, erkennt man hier so ein bisschen. In echt ist das aber schon ein ganz schönes Stück, weil, äh, ja, unten Breitscheid ist jetzt noch gar nicht so lange her. Und, äh, bis zur hohen Acht haben wir dann auch schon fast wieder die 300 Höhenmeter nach oben aufgeholt. Moodkurve 196 und, ja, hier merkt man schon, wenn ihr nur mal guckt, wie das Auto beschleunigt, merkt man schon, dass sich das Ganze hier dann auch schon ziemlich rot quält. So, jetzt Anfang des Curbs, links können wir gut bremsen, dritter Gang. Auto ist gut übersetzt, dass wir hier gut den dritten Gang nutzen können. Hier sehen wir eine langgezogene Kurve, da kriegen wir dann immer Probleme mit der Traktion. Jetzt hier rechts Ende des Curbs, wo der Curb dann so nach außen noch abbiegt. Ja, die Ecke dient als guter Bremsreferenzpunkt. So, jetzt ist er hier, ja, anderthalb Meter zu früh aus dem Karussell rausgesprungen, bekommt dadurch so einen kleinen Quersteher. Hier rechts standen wir auch im Wald, am, äh, Zaun, beziehungsweise zwischen den Bäumen, haben da ein bisschen geguckt. Das war auch eine sehr, sehr spannende Stelle. Sehr viel Spaß gemacht. So, und jetzt sind wir hier an der hohen Acht oben und haben fast 300 Höhenmeter dann wieder gut gemacht an der Stelle. Und jetzt geht es erstmal wieder nach unten, den Berg wieder runter. Vierter Gang, hier einen schönen Rhythmus finden, hier ein bisschen über den Curb cutten, dann hier am Exit cutten. Ja, jetzt ist so ein bisschen wieder ACT, ACC spezifisch, beziehungsweise auch GT4 spezifisch, dass das Auto einfach sehr, sehr viel wippt, haben wir da gemerkt. Also, kam da außen so ein bisschen auf den Curb und dann hatten wir eine sehr, sehr lange Schwingung einfach im Fahrweg drin. So, ein leichter Quersteher hier raus, aber das ist auch gar kein Problem. Jetzt Eiskurve, ja, heißt nicht umsonst Eiskurve, es ist einfach extrem glatt hier einmal an der Stelle. Vierter Gang, fünfter Gang, jetzt am besten wieder kurz vor der Kuppe ein bisschen bremsen. Ja, das ist echt krass, weil im Race Room hat man sich das damals so anders angewöhnt, da hat man echt vor der Kuppe gar nicht bremsen müssen. Aber es ist einfach deutlich angenehmer, wenn man es hier einfach dann vorher schon hinbekommt. Ja, und jetzt guten Rhythmus finden und die letzten Kurven meistern, so zwei Gänge zurück. Hier wichtig, nur halbe Streckenbreite nutzen, direkt wieder positionieren hier für die Linkskurve. Vierter Gang, dritter Gang, so lange unten bleiben und wenn wir spät da raus springen, dann springen wir sogar kaum raus. Also schön flach aus dem kleinen Karussell raus fahren, das hilft euch einfach auch dann konstant hier Runde für Runde abzuspulen, ohne dass ihr da irgendwie mal Gefahr lauft, euch am Exit zu drehen, weil wenn ihr da zu früh raushüpft, dann kriegt man dort einfach schnell Probleme. So, fünfter Gang, sechster Gang und jetzt schauen wir mal auf den Top Speed, 60, 65, jetzt wird es C, weil jetzt geht hier der ganze Spaß wieder ordentlich berghoch, 66, 67. Ja, Top Speed sieht aber schon ganz ordentlich aus, also da kommen wir auch mit dem GT4 sehr, sehr gut mit, 74 in der Senke. Ja, jetzt müssen wir hier schon ein bisschen verzögern oder beziehungsweise das Auto verlangsam, ein bisschen aus dem Gas rausgehen, denn es geht uns da im schlimmsten Fall ein bisschen die Strecke aus. So, jetzt geht es über die Linie und die Uhr bleibt stehen bei einer, was ist es? Ah, ich konnte es nicht genau sehen, 8, 48, na, 6. Ja, jetzt sehen wir den ganzen Spaß hier nochmal von außen. Also ich muss sagen, ich genieße es sehr, die unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte, die unterschiedlichen Fahrzeugklassen hier einfach zu kommentieren. Und ich glaube, jede Klasse hat hier so ein bisschen was für sich. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, ja, gerade wenn ihr neu seid, wenn ihr die Nordschleife noch lernt, dann ist es natürlich sinnvoller, erstmal mit einem kleinen Auto anzufangen. Einfach, weil es nicht ganz so schnell ist. Die Nordschleife ist sehr, sehr kompliziert, es ist sehr wichtig, technisch sauber zu fahren und mit einem kleinen Auto, gerade im Multiklassrennen, bekommt ihr auch schnell ein Gefühl dafür, wie man sich im Verkehr verhält. Wo es als schnelleres Auto Sinn macht, zu überholen, wo das tierische Probleme macht. Ihr seht nämlich auch, wenn jemand euch mal irgendwie überholt oder überrundet, an welchen Stellen das wirklich, wirklich heikel wird. Und so funktioniert es ja auch in echt. Also am Nürburgring gibt es ja einen Permit. Man muss erst mit einem kleinen Auto fahren. Permit-Autos mittlerweile, ja, soweit erweitert, dass man auch mit einem Cayman GT4 in der Cayman Trophy von Mantai oder auch mit einem TCR seinen Permit machen kann. Allerdings, dafür werden die Autos gedrosselt. Also beispielsweise der JP McLaren, der war jetzt beispielsweise am Wochenende auch vor Ort. Und die Jungs haben dann dort im TCR ihren Permit gemacht. So ein TCR-Auto ist eigentlich schon echt, echt fix mit 350 PS. 1200, 1300 Kilo ungefähr. Und so ein Auto beispielsweise bekommt dann in dem Falle mal 60 PS raus und knapp 100 Kilo rein, um eben, ja, gewährleisten zu können, dass das Auto dann nicht zu schnell wird, dafür euren Führerschein zu machen. Jetzt würdet ihr einen Führerschein machen und ihr dürftet maximum 150 PS fahren, so nach dem Motto. Ja, und da müsst ihr eine gewisse Anzahl an Runden erfüllen und dann bekommt ihr quasi euer Permit und dann könnt ihr auch größere Autos fahren. Finde ich eigentlich ein ganz sinnvolles Konzept hier auf der Nordschleife, um da eben ein ordentliches Gefühl zu bekommen. Ja, apropos TCR-Fahrt von JP, die Jungs sind auch auf dem C-Day, allerdings da nicht mit dem Cupra TCR, sondern mit dem Hyundai i30 N-TCR. Und wenn ihr da mal Bock habt auf so eine Taxifahrt in einem TCR-Fahrzeug, dann checkt gerne die Videobeschreibung aus, da ist unten auch noch einiges verlinkt. Ansonsten, wenn ihr Bock habt auf das Setup vom Nils, dann, ja, ebenfalls die Beschreibung aufklappen, da habe ich euch dann alles hinterlegt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Dabeisein, fürs Zuhören und würde sagen, bis zum nächsten Video, macht's gut. Ciao, ciao.